Gefüllte Paprika vegetarisch Zutaten für 4 Portionen 4 große Paprikaschoten rot oder gelb 200 Gramm Couscous 300 Milliliter Gemüsebrühe 2 Esslöffel Olivenöl 1 Zwiebel fein gehackt 2 Knoblauchzehen gepresst 100 Gramm Fetakäse zerbröckelt 50 Gramm Rosinen 2 Esslöffel Pinienkerne geröstet 2 Esslöffel Petersilie gehackt Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Kreuzkümmel nach Geschmack Zubereitung Erste Den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen Die Paprikaschoten waschen, halbieren und entkernen Die Hälften mit etwas Öl bepinseln und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen Im Ofen ca. 15 Minuten backen bis sie weich sind Zweiter In der Zwischenzeit den Couscous in einer Schüssel mit der heißen Gemüsebrühe übergießen und quellen lassen Mit einer Gabel auflockern und mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kreuzkümmel würzen 3. In einer Pfanne das restliche Öl erhitzen und die Zwiebel und den Knoblauch darin glasig dünsten Den Fetakäse, die Rosinen, die Pinienkerne und die Petersilie unter den Couscous mischen Die Füllung abschmecken und in die Paprikahälften verteilen 4. Die gefüllten Paprika nochmals für ca. 10 Minuten im Ofen überbacken, bis der Käse geschmolzen ist Heiß oder lauwarm servieren Guten Appetit!